Mehr Vanlife Outfit Videos? Das ist gar kein Problem. Für heute habe ich mir zwei Latzhosen-Looks rausgesucht. Als erstes gibt es diesen cuten, karierten Pulli drunter. Wir haben übrigens gerade 15 Grad. Dazu diese Mütze. Fühlt sich noch jemand wie so ein Alien damit. Dann diese grüne Latzhose. Ich liebe es, dass sie die Nieren so wärmen. Das ist echt perfekt für den Herbst oder Winter. Das ist der fertige Look. Okay, für Option Nummer 2 eine andere Mütze. Dazu diesen blauen Strickpulli. Die hat ein paar mehr Löcher und ist ein bisschen luftiger. Und diese helle Latzhose hier mit den schwarzen Streifen. Ich finde, Kies sind Outfits, die gemütlich und praktisch sind für Vanlife. Welchen Look findet ihr besser? Eins oder zwei?